Musik Klar habe ich mich auf Basketball fokussiert, aber ich habe versucht so ein bisschen den Fokus auf Sachen zu legen, mit denen ich während der Saison nicht so viel Zeit verbringen kann und ich habe meine Ernährung umgestellt. Ich habe einen neuen Fitnessplan erstellt, habe mir Leute zusammengesucht, die mir dabei helfen. Also ich habe dann mit Athleak in Berlin, mit Eugen zusammen Ernährung und Fitness gemacht, habe mich mit Paul Goode zusammengesetzt und wir haben uns so ein bisschen einen Trainingsplan ausgedacht und geguckt, okay, woran muss ich arbeiten, woran möchte ich jetzt vor allem arbeiten, haben uns dann dafür entschieden, Ballhandling, Footwork, ein bisschen am Wurf und haben es dann auch wirklich geschafft, dann auch ein paar Mal eine Halle zu treffen und daran zu arbeiten. Man sieht das auf den Instagram-Videos, es hat echt mega Spaß gemacht. Genau, und dann habe ich mich auch sehr, sehr viel mit dem Mental Game auseinandergesetzt und einfach mal geguckt, okay, ein bisschen reflektiert, was in den letzten zwei Jahren überhaupt so passiert ist. Ich habe gar nicht so richtig die Zeit gehabt, das alles so richtig zu verarbeiten, und deswegen kam mir diese kurze Pause wirklich ganz gut, einfach mal einen Schritt zurück zu machen und zu gucken, so, boah, okay, das habe ich alles erreicht und da will ich vielleicht noch hin, aber erst mal das alles so zu verarbeiten, da blieb mir gar nicht so viel Zeit. Genau, und da habe ich jetzt echt mal die Zeit genutzt in Deutschland und vor allem auch erst mal Zeit in meiner Familie verbracht, das habe ich auch schon ewig nicht gemacht, deswegen habe ich Basketball so ein bisschen, also Basketball spielen an sich, so ein bisschen hinten angestellt, mich aber viel mit mir selbst auseinandergesetzt, was mir sehr, sehr viel geholfen hat, auch einfach mich selbst nochmal kennenzulernen und zu gucken, was sind meine Core Values, was ist mir wichtig, wie will ich gesehen werden, ja, und wer will ich als Spielerin sein und wie komme ich da hin, genau, und damit habe ich mich so ein bisschen mehr auseinandergesetzt und das hat mir sehr viel gebracht jetzt die letzten Tage, das Wochen, genau. Genau, und dann bin ich angekommen und musste erst mal 14 Tage in Quarantäne. Das hat mich alles ein bisschen gestresst, um ehrlich zu sein, einfach nur, weil ich das Gefühl hatte, dass ich echt fit bin, dass ich echt auf einem guten Level bin und dann 14 Tage im Hotel nicht die Möglichkeiten richtig zu trainieren, hat mich erst ein bisschen frustriert, muss man dann aber mit umgehen. Genau, sobald die Quarantäne jetzt vorbei war, das ist jetzt vier Tage her, dann durfte ich dann auch endlich mal meinen Teammates kennenlernen, musste dann auch direkt erst mal einen Corona-Test machen, um zu gucken, also ob ich jetzt positiv oder negativ bin, genau, haben das gemacht und dann musste ich erst mal meine medizinischen und physischen Tests machen, bevor ich überhaupt in die Halle konnte. Das habe ich dann jetzt auch fertig gemacht, das heißt, ich war eigentlich noch gar nicht in der Halle bis jetzt. Das musste man alles erst mal hinten ein bisschen anstellen. Ich habe viel mit Physio zusammengearbeitet, einfach Rehab gemacht, Massagen, Krafttraining, Ausdauertraining, einfach auch wieder so ein bisschen in den Rhythmus zu kommen und nicht direkt einfach in die Halle gehen und Basketball spielen, die Verletzungsgefahr ist da dann doch schon eher höher und wollen wir erst mal darauf achten, dass das halt alles gut läuft. Genau, aber so an sich, die Teams gerade dürfen nur eins gegen null arbeiten, das heißt, jede Spielerin arbeitet mit einem Coach an einem Korb und das war es dann auch, also es dürfen nicht mehrere Spieler an einem Korb arbeiten und so sah das jetzt die letzten Wochen einfach aus für meine Mitspieler. Ich war da leider dann nicht dabei. Um ehrlich zu sein, nein. Also ich freue mich mega drauf, ich freue mich auch wieder Basketball zu spielen, ich freue mich mit dem Team zusammen zu sein und ich glaube, also die Idee an sich, dass alle da zusammen sind, kann ich mir auch ganz cool vorstellen, aber ich bin mir auch sehr bewusst, dass das einfach Arbeit sein wird. Wir haben drei Spiele pro Woche, wir haben Training, wir müssen wirklich gucken, dass unsere Körper auf einem Level sind, dass wir diese drei Spiele auch hinbekommen, verletzungsfrei und gesund und da wird dann, glaube ich, schon noch sehr viel Arbeit reingehen mit Physio, Rehab, auf dem Körper aufpassen, Training, Krafttraining. Also werden die Tage schon, glaube ich, sehr durchstrukturiert sein. Deswegen Klassenfahrtlaune, glaube ich, eher nicht. Es wird auf jeden Fall Arbeit sein und es wird anstrengend werden, aber es wird auch Spaß machen und deswegen freue ich mich auch sehr darauf. Aber man muss einem auch einfach bewusst sein, dass man da hinfährt, um eine Championship zu gewinnen und das wird jetzt kein Klassenfahrttrip, wo man einfach nur hinfährt und ein bisschen Spaß hat. So wird das auf gar keinen Fall ablaufen. Ich habe, um ehrlich gesagt, kurz darüber nachgedacht, als es so kurz davor war, ob ich jetzt rüberfliege oder nicht, habe ich wirklich kurz darüber nachgedacht, ob es wirklich Sinn macht für mich jetzt hier rüber zu fliegen. Viele internationale Spieler haben halt gesagt, mach mir nicht, 14 Tage Quarantäne, dann direkt ins Trainingslager, das wird zu viel werden. Ich habe mich dann im Endeffekt dann doch dafür entschieden, das zu machen. Einfach nur, weil, ja, ironischerweise die Saison eigentlich eine echt gute Chance für mich wird, mich zu beweisen. Vor allem, weil nicht alle Spieler da sind, weil man viele Spiele pro Woche hat, wo man viel rotieren muss. Das heißt, dass ich vielleicht auch mehr Chancen bekommen kann, um mich halt zu beweisen. Und das ist halt, ja, eine gute Sache für mich und für Spieler wie mir, wie für mich, dass ich mich halt einfach wieder beweisen kann und auch einfach die Chance dafür bekomme. Und deswegen habe ich mich dann ultimativ auch dafür entschieden, das zu machen. Ich denke einfach, dass es darum geht, dass ich Energie bringe, Defense, Rebounds und dann meine freien Würfe nehme und gute Screensätze und dann einfach positive Energie bringe, so bin, wie ich bin und versuche einfach, ja, so die Hustle-Plays zu machen. Super nett, super sympathisch. Leider konnte ich noch nicht auf dem Spielfeld mit ihm arbeiten. Hätte mich sehr gefreut. Aber die Art und Weise, wie er jetzt, ja, wirklich durch diese ungewöhnliche und außergewöhnliche Situation geht und uns als Spieler unterstützt und auch versteht, wo wir einfach stehen und wo wir auch einfach so Bedenken haben, einfach nicht fit in eine Saison reinzugehen oder nicht so fit, wie wir sein wollen, in eine Saison reinzugehen. Er kann das alles nachvollziehen und er hat da wirklich eine gute, ja, einfach eine gute Ruhe, die er da mitbringt und einfach sagt, ey, stresst euch nicht, wir kriegen das hin und ich kann euch verstehen. Und ich glaube auch einfach, weil er Spieler war, hat er einfach ein ganz anderes Verständnis, wie wir uns fühlen und das merkt man einfach von, das merkt man auch einfach von der Art und Weise, wie er sich einfach gibt. Er ist halt Coach, aber er war halt einfach mal Spieler und man merkt einfach, dass er so das Verständnis dafür hat, wie wir uns fühlen in gewissen Situationen und ich finde das sehr sympathisch und sehr angenehm als Spielerin zu wissen, dass er sich auch in meine Schulen versetzen kann so ein bisschen und verstehen kann, woher ich komme. Genau, deswegen freue ich mich sehr auf die Saison und ich freue mich auch sehr mit jemandem wie ihm zusammenzuarbeiten, der wirklich mit den Besten von den Besten zusammengespielt hat und ja, einer der Besten war. Deswegen, mega cool. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.